hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge blavage wir sind immer noch dabei in einem kleinen raum zu stehen und den jung zu suchen ich hoffe mal wir finden den jetzt bald was Das schein wohl ich zu sein. Tja, dann geht's weiter. Oh, jetzt sogar schon in Farbe? Ah, äh, nein, nein. Da sind die zwei Augen. Oh, die Alte ist bestimmt hinter mir. Ich hör die doch. Nein, wirst du nicht. Wir retten den Jungen. Wir retten den Jungen. Oh, das ist gut. Oh, die. Oh, die. Oh, die. Oh, die. Ah, die. Das war's. Was ist denn, wenn ich die nicht mit der Kamera angucke? Ich habe die nicht angeguckt, die ist trotzdem verschwunden. Interessant. Interessant. Ich habe die nicht angeguckt und die ist trotzdem verschwunden. Leck mich doch am Hintern. Da sind Kinderschuhe. Oh, fuck. So many people. Alter. Schlüssel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Kinderschuhe. Was ist hier? Was ist das? Okay, wir haben den Schlüssel. Auf geht's! Schon wieder so eine Psycho-Vision. Alles klar! Ah! Oh! 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 Oh. Oh! Oh. 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 Oh! Oh. 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 Alles klar! Was? Hund! Mein Hund! Okay! Und der Junge? Oh lol, den hat man gar nie gefunden! Ach du Scheiße! Okay! Ja, dann war's das mit Blair Witch! Kommt jetzt noch irgendwas? Nö! Wir überspringen das Ganze mal! Ja, dann war's das mit Blair Witch! Und ich hoffe euch hat das Let's Play gefallen! Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da! Lasst Kommentare! Wenn ihr weiter solche Horror Games auf meinem Kanal sehen wollt! Dann schreibt das unbedingt in die Kommentare! Denn ich feiere solche Spiele extrem! Und... Ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Let's Play! Bis dahin bleibt entspannt! Genießt den Tag! Und... Bye Bye!